Der Finance and Revenue Football Club ist ein Fußballverein aus Myanmar und war über viele Jahre der sportlich dominierende Club des Landes. Wie die Mehrzahl seiner Kontrahenten ist er in der Hauptstadt Rangoon ansässig und wird von einer Regierungsbehörde, in seinem Fall vom Ministerium für Handel und Finanzen, geführt. Geschichte In der Burma First Division konnte sich der Verein im Laufe der Jahre 17 und in der daraus hervorgegangenen Myanmar Premier League ab 1996 11 weitere Meistertitel sichern. International auf sich aufmerksam machte er 2004, als man am 14. Oktober den YFA Shield, den viertältesten Pokalwettbewerb der Welt, gewann. Im Finale setzte sich FRFC mit 4 zu 2 in. E. gegen den indischen Titelverteidiger Mohanbar Gan Aze durch. Im April 2009 wurde mit der Myanmar National League die erste Profiliga Myanmar's eingeführt. Diese schließt alle von staatlichen Organen kontrollierten Vereine aus, weshalb FRFC 17 seiner Spieler für insgesamt 9,7 Millionen Kuats verkaufte. Erfolge IFA Shield 2004 Myanmar Premier League 1996 1997 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Myanmar Premier League Cup 2009 2011 Sed-, 2002 2003 2009 OOM 2009 2005 homework 2004